wir wollen jeden ball haben und wir treffen auch jeden ball aber max max ist am start okay sehr gut sehr gut max ist am start also vor allem einfach versuchen so gut es geht für max da zu sein ich habe kein boost jawohl max hat mich getroffen sehr gut ich bin schuld dran ja das war meins max wirklich aufgeben entschuldigung ist mein erster mein erstes spiel heute und ich würde sagen nicht das beste so war fein weiter ok mara geht aber klar so los max los max erstmal demolition so den habe ich den habe ich kein boost schade den ich mit den kriege ich nicht wie ging der denn naja man kann halt alles treffen man kann ja nicht alles treffen leute deswegen versuchen wir einfach jeden ball zu bekommen ich war fast noch zu gespielt max das ist doch nix spielen in die mitte max wir versuchen jeden ball zu treffen jeden ball auch nur ansatzweise irgendwie aufs tor zu bringen mit er ist vorbei gesprungen ich also solche dinger hast ich auch ich nicht mein mate vorbeihüpft oder ich meistens bin ja ist max do it so irgendwas geht aufs tor er war gemein da konnte ich ohne ohne bus jetzt gar nichts machen hat er auch wirklich an die latte geknallt wie war es für ein ok max let's go gegner anscheinend schon aufgegeben sehr gut haben wir nur recht sein witzig wäre wenn du den dagegen geschossen hätte das sind wir noch drinnen geht halt raus dann geht halt raus wahrscheinlich beleidigen die sich gerade im chat gegenseitig und gleich werden die einfach rausgehen weg geht leute erstes spiel hat nicht gut angefangen aber 42 der war schön der war wirklich schön ja so langsam aber sicher werden die bus besser dann geht halt raus mein gott und sollte halt einfach rausgehen ok dann müssen wir schon mal jetzt vorbereiten wir müssen jetzt auch nichts mehr machen hier von mir aus keine ahnung haben wir den rocket league machen wir hier mal youtube aus total egal ja ich wurde wegen in aktivität ok ich darf nicht in aktiv sein dass er peinlich das ist ja peinlich ich hatte nur ganz kurz nicht auch ja warum gehen die nicht raus verstehe ich nicht der jetzt versteht doch genau ach guck mal sind beide wieder da ich hatte jetzt zwei möglichkeiten wie der ball springen kann leider die falsche richtung schade jetzt drehen die zwei jahre noch mal auf oh gott ich bin da ja wirklich so schlecht wieso lenke ich denn da wieso lenke ich denn dagegen wieso lenke ich dagegen jeden ball wenn wir haben jeden ball jetzt steht es noch 64 sind da passiert der max dreht gleich komplett durch glaube ich das wird auf jeden fall auch ins auge gehen können max spielen rein oh gott wir verlieren das noch 65 okay 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 da wir wollen jetzt das 200 aber haben nein gar keinen fall verlieren wir das das verlieren der max der tilt komplett weg es tut mir jetzt schon leid max wo ist max wo ist max warum steht max jetzt im weg max psychologischen aufgegeben max 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 das ist ja nicht so leid das ist ja nicht so leid max ich schwöre bei allem was mir wichtig ist das ist ein fluch es ist ein fluch wenn ich hab's gejinxt ich habe gejinxt super easy game die haben aufgegeben bla 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 es gibt es doch überhaupt nicht und dann mache ich larifari macht den stream an und dann stets plötzlich 66 max wo ist max warum ist max nicht unterm ball sondern im tor ach du scheiße okay die sind aber auch schlecht oh gott bitte max mach irgendwas sinnvolles das war ein torschuss als ob gott 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 es ist es ist ein stream fluch ich schwöre bei allem was mir heilig ist es stand 51 oder so ich mache den stream weil ich denke die leute sind afk alles ist cool ich mache den stream an plötzlich steht 66 das glaubt mir doch kein mensch gott 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 ich verliere dieses spiel verliere ich nicht wieso fahr ich nicht rüber ich hätte einfach rüberfahren sollen gott 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 einfach rüberfahren sollen Jetzt kam der noch dran. Nein, 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 Max, tu irgendwas. Ich nehme mit. Ja, sehr schön, Max. Jetzt muss ich hier noch schwitzen. Ich schwitze eh schon wegen dem Wetter. Ach, der war wichtig. Ach, du Scheiße. Nicht getroffen, mein Fehler. Gut, dass Max da war. Abwarten, wo der Ball hingeht. Oh Gott, ich schwitze. Ich schwitze in sämtlichen Rillen und Ritzen und Einkerbungen wegen diesem einen Spiel hier. Ich hab nicht getroffen. Max. Ja, nein, 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 nein. ok von hinten aufräumen ich verliere dieses spiel nicht dieses spiel wenn max ich das verlorene ich hätte den stream da wieder auf ich hätte ausgemacht ich hätte den stream direkt ausgemacht safe wird man wieder für ein spiel